Sind alle einverstanden mit den Maps? Ja. Nein, aber ist okay. Nein, aber ist okay. Quento! Quento? Was ist das? Hä? Quento, was ist da los? Ah Quento, was ist das? Ist gleich einfach halb sechs. Ist richtig, Quento? Du kannst die Uhr schon richtig gut lesen, Quento. Ich sehe gar nichts, weil Verbindung wird hergestellt und das lädt nicht. Was soll das denn? Ey, das wird halt nicht besser. Jetzt komme ich nicht mehr weiter als so. Willst du mich verarschen? Sisko, please. Ist das richtig? Ne, ne? Ich komme halt echt schon wieder nicht mehr rein, Leute. Geht nicht. So. Alala. Ups. Ha! Ist voll schön die ganze Zeit süpfen, Leute. Was haben wir hier? You got faster attacking. Wow! Was kommt hier? Was hat er mir geschickt? Handy, was kriege ich? Warte. Ich drücke immer alle das neben mir hin. Ich hab keine Ahnung, was ich getan habe. Oh. Oh. Was ist das? Willst du mich töten? Warte ich jetzt sterben? Manchmal will man die auch einfach gar nicht haben, diese Dinger. Ihr seid echt, ey. Nasen. Ja, wie soll ich denn da... Ja, wie soll ich denn da... Ich seh euch alle, okay? Das ist ganz genau, wer mich getötet hat. Guck mal einer an. Ich muss mich verarschen, Leute. Oh, wie soll ich? Ich klatsche. Nein, ist gestorben. Irgendwie regt mich dieses Spiel immer so schnell auf. Ich lass es jetzt wieder. Ich hab'n Quads, Freunde! Und noch... Wow. Dump, 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 dump. Nein, lass die restliche Squad nehmen. Ich hab's auch schon. Ich mach'n One-Hit. Warte. One-Hit. Oh Gott. One-Hit. Hey, talk about my round-ups. Wuuuuh. Ich freu mich allemal. Ihr schießt wirklich auf mich, ne? Aber Hauptsache noch die Akkriege mitgenommen, dass ich gar nix hab, gell? Eieieiei. Diese Therese ist einfach so'n Anti-Mate. Ja, wo bin ich denn gegen Gefahr, Therese? Hab' ich immer. Aber... Du scheiße. Nein! Warte, das muss ich mir angucken. Oh, Therese. Wow. Wow. Gut geflogen. Ein Muni. Darin kann ich arbeiten. Ein Schuss für Therese, oder? Alles ist kaputt. Ha! Guten Morgen! Ich dachte, du bist ein Gegner. Alter, Alexis, hast du mich erschrocken? Erstmal nicht stoppen. Erstmal stehen bleiben, aber vor Schreck. Geh da nicht rein. Ja. Warum? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist kein Counter-Strike. Ich dachte, der Drop von der Dog. Passt auf! Geht da bloßlich hin. Ich hab Mölton gesprengt. Äh, Therese, äh... Mach was draus. Diesen Ulo. Du schaffst das. Einer hier. Ich stell mich gerade tot, okay? Ich stell mich tot. Warum? Seht ihr das nicht? Du stehst halt irgendwo am Zaun oder so. Nee, ich stell mich tot. Ich stelle mich tot. Ich brauch den Stream. Ich bin tot. Ich bin tot. Bei mir ist beim Stream Standbild. Ja. Ja. Nein. Außer die Cam. Nein, ich glaub, ich mach ja auch nix. Das ist ja tot. Ja. Ich bin eine Blume. Ja. Es hat funktioniert, okay? Der Rest spielt Baum. Was? Äh, Bäume. Scheiße. Uiuiuiui. Bäume. Träume. Heben schuld. Träume. Träume. Uuuuuuuu. Hansen, da. Deine Rhymes sind heute der Schick. Oh. Hansik. Ich will Hansen, da. Guck in die Aussage immer nach. Und bleibt da. Alles klar. Läuft bei euch wahrscheinlich, oder? Ja, ich wollte hier rüber springen. Oh, da kommt schon wieder die Hand drauf. Ja, weil er C vor S kommt, ne? Das ist richtig. Gut. Krass. Deutsch 1 A. Mit Stern hier. Das Alphabet hab ich gelernt. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Ö. Hä? Das hat doch jeder so gelernt, oder? Ja. 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 Tötet das Luchs. Macht's kaputt. Nein, nicht mich kaputt machen. Oh. Nein! Der Main. Dafür kriegt Poppy jetzt aber T2. Ah, nein, 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 nicht mehr töten. Die hat mich noch mal getötet. Ich hab gerade mein 14 mit Kaffee überschüttet. Oh, das ist nicht gut. Wenn ich gleich weg bin, war's mein... Das ist echt unwünstig, weil das grad... Also, ich könnte euch jetzt zeigen, wie das aussieht, aber eigentlich will ich das nicht. Ich hab gerade so voller mit meinem Elbow und meinem Kaffee nach unten. Hut zieht. Hut zieht. Das war schlecht. Das muss ich jetzt erstmal fünf Minuten realisieren. Ich mach mal kurz irgendwas holen, bevor ich das weg machen kann. Halt deine Augen noch näher an die Kamera, ich soll sehen, wie rot die sind. Let go, guys! Dann irgendwas? Da weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so viel. Bist du nicht langsam müde? Nein! Wie kommst du auf sowas? Ich bin doch nicht müde! Doch! Doch, ich bin müde! Okay. Hupsi. Ich hab vergessen zu springen. Ah! Oh, wie traurig hab' guckt! Oh! Ja, trotzdem, wir gehen. Kein Stone-Kack, please! Kein Stone-Kack, please! Na, ich hab mir halt gedacht, ich kann jetzt nochmal viel Chat lesen, wenn ich Hearthstone spiele und das ist eigentlich immer übel cool an Hearthstone. Wie gesagt, danke, dass ihr diesen 24-Stunden-Stream mit mir durchgezogen habt. Danke, dass ihr drei Jahre auf Twitch mit mir gefeiert habt. Und ich hoffe, wir haben auch in Zukunft noch viel Spaß miteinander und eine lustige Zeit zusammen. Ich werde mich jetzt hinlegen und ein Filmchen gucken, weil schlafen werde ich noch nicht. Tschüss! Nein, ich sehe ihn noch nicht an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020